Bei uns im U-Hof gibt es österreichische Küche, nationale Küche zu fairen Preisen. Das ist unsere Philosophie. Es zieht sich durch bis zur Weinkarte, die auch hauptsächlich österreichisch gehalten ist. Ein paar internationale Tropfer sind auch dabei, aber eben Österreich ist unser Schwerpunkt, gute Qualität zum fairen Preis. Ein Mischleusstern, zwei Hauben, 16 Punkte Gommillon, Ulrich Heimann im Restaurant U-Hof. Faszinierend, dass man mit tollen Menschen zusammenkommt, Menschen begeistern kann, eine Freude machen kann. Vor allen Dingen, dass kein Tag wie ein anderer ist. Man hat immer tagtäglich die Herausforderungen und gerade auf dem Niveau, wo wir kochen, mit der Mannschaft, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und auf dem Niveau eben auch tagtäglich über 100 Prozent zu geben. Man hat von Anfang an gemerkt, beim Herrn Heimann, die Basis hat einfach gestimmt bei uns. Es hat wunderbar funktioniert, seit dem ersten Gespräch, das wir gehabt haben, dass man auf einer Wellenlänge ist. Es ist auch sehr wichtig, diese Regionalität und unverfälschte Sachen zu verwenden. Und der Herr Heimann ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem man sehr gerne zusammenarbeitet, sehr professionell. Wenn ich schon nach Linz komme, habe ich gedacht, dann kreiere ich eben mal die Linzer Torte auf meine Art und Weise. Und sie können sich gerne nachher selbst davon überzeugen, ich glaube, oder die Gäste natürlich, dass das sehr gut gelungen ist.